Weiter geht es mit dem Erfolg bzw. mit der Trophäe Respektzollen von Red Dead Redemption 2. Und um diesen Erfolg bzw. diese Trophäe zu halten, müsst ihr alle Gräber eurer gefallenen Gefährten besuchen. Neben dem Erfolg bzw. neben der Trophäe zählen die Gräber außerdem für die 100% im Spiel. Alle Gräber könnt ihr erst im Epilog finden. Wenn ihr also von der Story noch nicht weit genug seid, dann würde ich euch raten, auch spoilerbedingt jetzt aufhören, das Video zu schauen. Für alle anderen, die die Story schon weit genug gespielt haben, ist der Rest denke ich selbsterklärend. Ich bedanke mich schon mal fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020